Argon Balance Einfach ganz leben Spiritualität und Lebenskunst Anselm Grün begegnen Herausgegeben von Marlene Fritsch Gelesen von Herbert Schäfer Mit einem Vorwort gelesen von Anselm Grün Ein Hörbuch des Argon Verlags Spiritualität als Leben aus dem Geist ist nicht etwas Abstraktes. Sie will uns die Kunst des gesunden Lebens lehren. In der Antike war die wichtigste Aufgabe des Arztes nicht Kranke zu heilen, sondern die Kunst des gesunden Lebens zu lehren. Der Evangelist Lukas, der die griechische Philosophie und Medizin gut kennt, schildert uns Jesus als den Archegostes zu S, als den Anführer zum Leben oder, wie man auch übersetzen könnte, als den Anleiter zum gelingenden Leben. Lukas selbst ist Arzt. Er beschreibt uns Jesus als das Urbild des Arztes. Jesus erfüllte die griechische Sehnsucht nach dem wahren Arzt, nach dem, der uns die Kunst des gesunden Lebens zu lehren vermag, der uns aufzeigt, wie wir so leben können, dass es unserem wahren Wesen entspricht. Die Kunst des gesunden Lebens besteht darin, dass wir unserem Wesen gerecht leben, dass wir unserem Geist, unserer Seele und unserem Leib gerecht werden. Lukas schildert uns Jesus als den wahrhaft gerechten Menschen, von dem Platon 400 Jahre vor Christus in seiner Politeia spricht. Am Kreuz bekennt der Hauptmann, dass Jesus wirklich ein gerechter Mensch war. Jesus zeigt am Kreuz seine Gerechtigkeit darin, dass er sich auch von den äußeren Umständen nicht von seinem inneren Selbst losreißen lässt, dass er sich auch von seinen Mördern nicht zu einem unrechten Wort hinreißen lässt, sondern sogar noch für sie betet. Die Gerechtigkeit, wie Platon sie versteht, ist die Grundtugend des Menschen. Wer seinem Wesen gerecht wird, der verwirklicht die Kunst des gesunden Lebens. Die Kunst des Lebens besteht für Lukas auch darin, dass wir den Worten Jesu folgen. Jesus will von uns, dass wir sorgfältig mit den Dingen der Welt umgehen. Am sorgfältigen und achtsamen Umgang mit den Dingen dieser Welt zeigt sich, ob wir spirituell sind oder nicht. Spiritualität ist für Lukas immer etwas ganz Konkretes. Das wird in dem Gleichnis deutlich, das uns nur Lukas überliefert. Das Gleichnis vom unnützen Sklaven im 17. Kapitel. Es ist auf den ersten Blick ärgerlich, wenn Jesus da sagt, bedankt der Herr sich etwa bei dem Sklaven, weil er getan hat, was ihm befohlen wurde. Und Jesus folgert daraus für uns, dass wir zu uns sagen sollen, wir sind nur unnütze Sklaven, wir haben nur unsere Schuldigkeit getan. Man könnte den letzten Satz auch so deuten, Spiritualität heißt einfach das tun, was wir uns selbst schuldig sind, was wir dem Augenblick schuldig sind und was wir Gott schulden. Oder wir können es noch nüchterner ausdrücken, Spiritualität besteht darin, einfach das zu tun, was dran ist, einfach tun, was der Augenblick verlangt. Spiritualität ist also etwas ganz Konkretes. Leider benutzen manche die Spiritualität dazu, um dem Leben aus dem Weg zu gehen. Sie meditieren lieber, als auf den Anruf des Augenblicks zu hören, als sich dem konkreten Menschen zuzuwenden, der an die Türe ihres Herzens klopft. Sie flüchten lieber in fromme Gefühle, als sich auf den Alltag mit seinen Herausforderungen einzulassen. In all meinen Schriften war es mir immer ein Anliegen, die Spiritualität mit dem Alltag zu verbinden. Die Spiritualität als einen Weg zu beschreiben, der uns hilft, den Alltag aus dem Glauben herauszumeistern. Dabei fühle ich mich der benediktinischen Tradition... ... ... ... ...